Heißt, das Band wird hier gleich angeschlossen und Chips haben wir hier. Jetzt um die Chips da rüber zu kriegen, brauchen wir so einen Bandlift. So einen. Kann man auch mehrere übereinander? Ne, schade. Dieser braucht Strom. Soll er haben. Das sind schon die Chips, oder? Ne, das ist Glas. Das ist Glas. Glas, 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 Glas. Das ist Glas. Wo habe ich denn die Chips? Ach, die Chips muss ich erst bauen. Ich habe noch gar keine Chips. Okay, Chips könnten wir gleich hier bauen. Ähm, jetzt habe ich den voll reingelabert, aber... Ist doch eh nicht so interessant, was ihr sagt. Die Chips könnten wir hier bauen, aber dann muss ich das Gebäude... ...un wenig verschieben. Und zwar... ...hier hin. Und das Zeug, das muss ich unbedingt vom Band nehmen. Kann ich das nehmen? Kann ich das nehmen? Gut. Nice. Und gib mir das Glas. Das ist sonst falsch auf dem Band. Hier. So, Leute, weiter geht's bei Dyson Sphere-Programm... ...Programm... ...Weißbier. Können wir, glaube ich, sogar direkt von hier nehmen? Nein, nicht so weit. Verdammte. Heißt, dass mein Plan gar nicht so gut aufgeht, wie ich dachte. Das heißt, ich kann hier zumindest... ...die Verbindung, die kann ich schon mal herstellen. Hier ins Matrix-Labor. Auch nicht. Mann! Mann! Hier geht alles schief heute. Okay. Was? Nein! 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 Oh, nein. Oh, ich muss den Plan überdenken. Ich muss den Plan überdenken. Es geht nicht so. Ohne weiteres. Verdammt. Mann! Ich dachte, man kann hier so. Ich dachte, man kann hier so. und dann hier rüber. Das geht aber nicht. Man kann ja maximal vier. Ei, 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 ei. Nicht gut. Nicht gut. Hm. Ei, 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 ei. Wie machen wir das jetzt? Kann man das hier einlagern? Ah, guck. Wenn man hier, äh, Umschalttaste drückt, dann kann man schön aus dem Inventar lagern. Angenehm, angenehm. Das geht so gar nicht. Heißt, ich muss das alles abreißen hier. Man muss den Bus anders machen. Falls ich überhaupt einen Bus mache. In dem Sinn. Mann, Mann. Mann, 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 Mann. So, weg hier alles. Weg. 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 Kann ich die Produktionsgebäude ja gar nicht zwischen die... zwischen die Bänder machen? Doch, kann ich schon. Hier, so wird das nämlich gehen, oder? Was wird denn da viel zu breit alles? Oh, mein Gott. Ja, jetzt für den Anfang. Wahrscheinlich überdenken wir das ganze System dann nochmal. Aber jetzt für den Anfang wird es schon passen. Einmal L-Stromer. Stromberg. Ähm. So. Hier brauche ich jetzt, äh, Eisenplatten. Wo habe ich die? Da. Oh, mein Gott. Der ist kompliziert. Die hebe ich mir dann. Ach nee, komm. Ich könnte hier rüber und dann da nochmal einen Lift und dann da so. Das wird gehen, aber... Ich glaube, für den Anfang ist es besser. Ich mache es so. Die da reinfädeln. Komm. Und sehen, vielleicht ist es ein Fehler gewesen. Vielleicht nicht. Wer weiß. So, kriegt der jetzt? Der kriegt jetzt Eisenplatten. Ah, Kupfer hat er noch nicht. Kupfer, 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 Kupfer. 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 Kupfer läuft dann hier so. Und dann da rein. Genau. Und hier so rüber. Sobald es gesetzt ist. Hier. Ey, das ist, glaube ich, so gar nicht gut. Ach doch, mit Parallel würde es gehen. Ah, nee, 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 nee. Falsch, 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 falsch. Hier. Ziehen wir die Parallele. Hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Oh je. Was ist denn hier los? Also nochmal. Hier so und dann da so. Und du hier so. So. Dann wird es gehen, oder? Dann kriegt er keine Eisenplatten. Ja, ist das Beton, oder? Ja, toll. Das ist Beton. Beton, Beton, Beton. Beton ist falsch. Ich bin blöd. Eisen ist viel weiter hinten. Ah, es ist hier. Ja, toll. Ja, jetzt kann ich da das gar nicht machen, weil ich noch kein Land erheben kann. Nur Probleme hier. Aber, 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 aber. Folgendes wird gehen. Wenn ich das hier ran fädele. Hör auf zu fliegen, dauernd. Und das hier lang. Wenn ich da nicht hier mal den ganzen Beton wegnehme. Beton, Beton, Beton. Kann man ja mal brauchen. So. Dann hier. hin und dann, was hat das schnell noch. Und zwar. Die Ringe gibt es jetzt nicht mehr hier. Nein. Oh mein Gott. ganz der Labor abgerissen. Ringe, viel Mann. Nee, die Ringe gibt es jetzt nicht mehr hier, sondern hier. Hier. Und dafür gibt es hier jetzt Eisenplatten. Irgendwann. Dazu können wir einfach hier die Magneten wegnehmen. Ich sehe gerade, das sind die falschen Ringe, oder? Das sind das sind auch die falschen Ringe. Oh nein. Oh nein. Das heißt, die Chips die keiner machen jetzt. Aber wir brauchen ja Gott. Ja, aber kein Weltuntergang. Kein Weltuntergang. Es ist die Lernphase. Machen wir einfach hier. Genau. Sowas. Nee. Verdammt. Ich mache alles falsch in diesem Spiel. Aber wir kriegen es dann schon hin. Ein Ausgang muss jeweils direkt in die Fabrik gehen. Direkt in den ins Labor gehen. und ein Ausgang. Das geht aber nicht. Weil es sind nur drei Aus... Nein. Es muss ein Aus... Nee. Nein, 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 nein. So geht's dann. Ja. So geht's dann. Ja, 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 ja. Ist umständlich, aber es geht. Und zwar... Nein, geht auch nicht. Nein, geht auch nicht. Nein. Mann. Der Lernprozess. Ausgang, Ausgang. Eingang. Eingang. So. Gut. Dann Stromer. Hier in der Mitte. Dann du machst mir... Magnetos. Und du machst mir... Du machst mir Platinos. Und beide brauchen, glaube ich... Ja. Beide brauchen das Zeug. Das passt so. Ja, 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 ja. 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 Also, wer macht die Magneten? Du, ne? Du kriegst mal das Zeug. Du kriegst ja das Zeug. Und beide kriegen sie Kupfer. Und? Und? Es läuft. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Jetzt erst mal einen Schluck trinken. Ja. Meine Freunde. Ach so. Ich muss die Forschung aktivieren. Forschung aktiviert. Es läuft. Es läuft. Kriegen wir genug Material? Ja, wir kriegen genug Material. Leicht. Leicht, leicht. Die können auch so produzieren, wie sie wollen. Eisen ist vielleicht ein bisschen langsam. Eisen könnten wir noch... ...den zweiten uns genehmigen. Den zweiten Arm. Wir haben es ja. Wir sind ja nicht abend dran. Haha. Ja. Der staut sich. Das heißt, wenn es sich staut... Ihr kennt das, wenn es sich staut. Vielleicht. Vielleicht kennt ihr das. Dann baut man einfach noch eins. Wenn es sich staut. Und die ist dann immer noch staut. Dann baut man noch eins. Baut man noch eins oben drauf. Ja. Gut. Das wäre unser Forschungsoutput. Und jetzt brauchen wir noch eine Forschungseinrichtung, die uns das dann auch erforscht, was wir erforschen. Machen wir auch wieder drei. Komm. Soll der Geiz. Dauert jetzt ein bisschen. Man sieht auch richtig schön, wie sich das hoch füllt, oder? Ne. Sieht man nicht. Man sieht nur, dass die mittlere arbeitet und die untere nicht. Tja. Man sieht nicht fertig. Oh, das dauert wieder. Ein Weilchen. Währenddessen können wir mal gucken, was wir dann so erforschen wollen mit dem Zeug. Ich würde sagen, alles, was blau ist, erforschen wir dann. Alles, was blau ist. Alles. Ich wünsche mir alles, was blau ist. Aber vielleicht ist es wichtiger, zuerst die Upgrades zu machen, die blau sind. Das ist nicht blau. Das ist nicht blau. Das wäre blau. Communication Control. Eine Konstruktionsdrohne mehr. Das wäre schön, ne? Dann hier. Äh. Flight Speed. Sehr gut. Für die Drohnen. Das können wir noch nicht machen, sehe ich. Ne. Rote Forschung haben wir noch nicht. Wir haben nur blaue. Boah, lila, alter. Was ist denn lila? Mehr Core Energie. Was ist das? Universe Exploration. Ach so, die Adern des Planeten sehen. Das ist auch gut. Die Ressourcen Adern. Und dann hier. Ähm. Da auch schnellere Bänder, oder was? Ne. Was ist das? Mark II. Ja. Schnellere Greifer. Das ist gut. Das ist gut. Alles ist gut. Stahl. Brauchen wir. Da ist das Zeug. Ähm. Graphit. Energetisches Graphit. Was ist das? Ein Kraftwerk, oder was? Ja, komm. Müssen sie sowieso alles erforschen, was blau ist. Halbleiter erforschen wir. Ah, Q-Full. Okay. Okay. Ja, dann haben wir ja jetzt einiges. Dann würde ich sagen, lasst das Forschen beginnen. Mit Höchstgeschwindigkeit. Jetzt haben die keinen Strom. Ja, toll. Hier machen wir. Windkraft, Bio. Was muss ich jetzt hier? Research. Ja. Ja, gut. Macht gleich die ganze Facility. Jetzt sehen wir ja, ob sich das ausgeht. Drei aufrecht zu halten. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ne, wird weniger. Es wird weniger. Es wird weniger. Es wird weniger. 19. 18. 19. Wenn 17 da steht, ist das blöd für uns. 18. 19. 14. Ah ja, es baut von oben. Es baut von oben ab. 14. 13. Ja, es baut ab. Also, ist aber kein Problem. Irgendwann wird es sich dann schon ausbalancieren. Die kriegen ja genug. Nein, der kriegt gar nichts. Ei, ei, ei. Oh, 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 oh. Der kriegt gar nichts, ne? Der kriegt etwas. Dann ist es zu wenig. Dann ist es zu wenig. Na ja. Für den Anfang. Das forscht er jetzt automatisch. Und wir können uns derweils dem Bau widmen von anderen Fossilitäten. Was können wir denn noch machen? Hier, was haben wir denn noch im Baumenü, was wir noch nicht herstellen? Wir stellen noch nicht her. Bis zum nächsten Mal.